Wie schnell ist er denn? Und wo soll ich hin? Ich versteck mich im Klo. Ciao. So, ich versteck mich im Klo. So, ciao. Nein, lass mich. Wenn ungestört bleiben, kann ich dich einfach den Riegel vormachen. Lass mich, ich muss kacken. Hallo? Alter, wer ist er? Wieso, und wieso hat er tausend Arme? Ich weiß genau, der ist da. Ich weiß genau, der ist da. Und wieso klingelt das Telefon immer noch? Ich will rangehen. Hallo? 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 Oh, danke Gott, du bist hier. Als du ihr das Genick gebrochen hast... Habe ich das gerade richtig gehört? Ich verstecke mich unter dem Tisch. Ich war das nicht. Hat er Jessica umgebracht? Oh Gott, der kommt wieder. Fuck. Der kommt wieder, ne? Oh fuck, 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 oh fuck. Oh fuck, und jetzt? Äh... Aber wer ist der andere? Ist das der andere Priester vielleicht? Aber wieso ist der so verstümmelt? Und... Aber wenn wir Jessica umgebracht haben... Ciao! Ja, he's coming. Hilf mir doch. Hör! Ich hab mich nicht entschrocken. Alter. Oh Gott, wo soll ich denn hin? Alter, he's coming. Ja, schön. Okay, also müssen wir rennen. Ja, ja, mach die scheiß Tür. Oh, scheiße. Falsch. Ja, ja. Ciao, ciao. Ja, das war's. Wo soll ich denn hin? Oh, wie mies das ist, weil man nicht weiß, wo man hin muss. Wie mies das ist. Aber er kommt ja von hinter uns, oder? Von hinter uns. Von hinter dir. Ja, 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 ja. Ah, wo muss ich hin? Hör! Ciao. Oh, was? Hör! Alter, was ist mit dem nicht in Ordnung? Wer ist er? Ich würd gern wissen, wer ist. The Ghost of Cloth. Also, er ist im Badezimmer, ja? Kann ich die Tür zu machen? Mach die Tür zu. Ciao. Tschüss. Mach's gut, mein Freund. So. Ah, wo muss ich... Ja, aber wo muss ich hin? Ja, wo muss ich denn hin? Und er steckt uns die Zunge im Hals. Alter. Der will uns nur ablecken. Der will nur einen Zungenkuss. Alter, voll der... Voll die Gesichtsgrätsche. Fuck. Na, mach dich zu zu. Ciao. Gesichtsgrätsche incoming. So, ich geh mal rechts lang. So, ciao. Oh! Hallo. Äh... Ja, kann ich noch mal in ein Badezimmer? Das wär ganz nett. Äh, nein, Badezimmer ist zu. Das ist doof. Hä? Er spawnt erst hinter uns, dann ist er hinter uns weg. Dann spawnt er wieder da? Hä? Hä? Der Gospelwicht. Knoos muss ja sein Volk bei Laune halten. So, ich mach mal hier zu. So, ciao. So. Der kommt ja jetzt von da, ne? Ja, genau. So, uah, lauf doch, lauf, 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 lauf. Hä? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo soll ich denn hin? Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Also, jetzt geht er mal ein bisschen auf den Sack, muss ich sagen. He's coming! Fuck. So, hier geht's ja nicht weiter. Ähm, was ist, wenn ich jetzt hier die Tür zumache? So, ich mach einfach hier die Tür zu. So, ciao. Und jetzt? Fick dich, ich weiß, dass du da stehst. So. Hier ist alles zu, ne? Also, im Klo spawnt der dann anschließend irgendwie, aber er rennt uns hinterher. Ciao. Alter. Okay, hier lang ist falsch. Da steht er sofort da. Oh Gott. Ja, der Kerl wird grad nervig, das stimmt. Alter, ist ja fürchterlich. Aber wo soll ich denn hin? Übersehe ich irgendetwas? Also hier rechts ist falsch. Okay. Er ist hinter uns her, oder auch nicht. Äh, wo muss ich hin? Ich geh nochmal zurück. Vielleicht zurück, richtig? Weiß ich nicht. Nee, ist falsch. Das war's. Ah, wie dumm, ey. Bei Outlast 1 hast du wenigstens nochmal eine Chance gehabt. Auch bei dem Dicken. Der hätte dich wenigstens nochmal beim ersten Mal treffen in Ruhe gelassen. Mal normal. Aber hier stirbst du ja schon mal normal beim ersten Schlag. Ah, ja, ich übersehe irgendwas. Ja, aber was denn? Was übersehe ich? Ja, he is coming. Ja, was is coming denn? Wo soll ich hin? Ey, man kann mir doch nicht erzählen, dass einer hier auf Anhieb das beim ersten Mal schafft. Ganz ehrlich. Ohne Spaß. Boah, geht der mir auf den Sack. Schlimmer wie Heidi Krumm. Also, Klo geht nicht, weil er da kommt. So, äh, uah. Da geht nicht, das sterben wir sofort. So, da kommt er jetzt wieder. So, wo müssen wir hin? Ja, schön. Lass den kommen. Ich hab keine Ahnung, bin ich so dumm oder sowas? Bitte jetzt nichts im Chat verraten, ne? Bitte nicht im Chat irgendwas verraten. Das wäre jetzt peinlich. Ich würd's gerne selber rausfinden. Das wäre jetzt dumm. Bitte nicht spoilern. Fuck. Ey, durch die Tür. Durch die Tür. Durch die Tür, der Penner. Der geht mir voll auf den Sack. Ohne Scheiß. Der geht mir voll auf den Sack gerade. Junge. Der geht mir voll auf den Sender gerade. Ohne Spaß. So, also nochmal. Was übersehe ich denn hier? Da ist noch eine Tür gewesen. Spinn geht nicht. Hallo. Wesen hat er uns nicht zum in den Hals gesteckt. Ich hab keine Lust auf Zungenkuss. Okay, da war noch eine Tür, ne? Da war gerade noch eine Tür gewesen. Vielleicht funktioniert die, ja? So, warte. Hä, bin ich so dumm? Lass mich, lass mich. Du bist eklig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Vorbeirennen geht auch nicht. Ist keine Option. Spinnt. Oder ist hier vielleicht auch irgendwas, was ich übersehe? Nee. Die sind alle zu die Türen. Also, Türen zumachen ist keine Option. Also, Türen zumachen ist keine Option. Türen zumachen ist definitiv keine Option. Ja, aber es kann doch nicht so schwer sein, dass man so dumm ist. Oder ist es echt so dämlich? Ah, das ist bestimmt so gemacht wie bei... Bei Whistleblower, dem DLC, wo alle... Oder wo ich zumindest die Decke gesucht habe. So, ciao. Habe ich ein bisschen mehr Zeit? Tschüss. Wie er sich noch selber... Wie er sich noch selber umarmt. Nee, wo das Mädchen ist, ist nichts. Da ist keine Tür. Die geht durch die Wand. Kann doch nicht so schwer sein, ey. Nee, der will ich schon sofort. Ja, ich denke mir mal, das wird wahrscheinlich total simpel sein. Ich bin aber zu dämlich, es zu sehen. Einfach stehen bleiben. Der möchte nur stehen... Der möchte nur spielen. Ja, genau. Die andere Tür beim zweiten vielleicht auch zumachen? Ja, warte mal. Ich probiere mal was. Fuck. Tschau. Mach die Tür zu. Äh, und jetzt? Äh, und jetzt? War eine gute Idee mit den Türen, aber nein. Wenn ich einen Tipp möchte, dann sage ich Bescheid. Ja, aber bitte nicht spoilern. Also bitte nicht Bescheid sagen. Ähm, wenn dann... Möchte ich gerne schon erstmal ein bisschen selber rausfinden. Das kann doch nicht sein. Äh, ist doch... Ich glaube, wir machen hier für YouTube jetzt auch mal eben kurz eine Folgenpause. Ähm, und spielen dann in der nächsten Folge weiter. Ja, und, ähm... Ja, und dann hoffe ich, dass wir hier rauskommen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. täų, ja... Ja, aber... Vielen Dank.